Ab Juni startet in der Schweiz die zweite Generation des Mazda Compact SUV CX5 und die ist optisch durchaus athletischer und sportlicher geworden. Dabei gingen die Japaner optisch keine Risiken ein, markant vor allem der riesige Kühlergrill mit der Chromspange, aber auch die schmalen LED Leuchten vorne wie hinten. Eine sportliche Note hat auch das Cockpit erhalten mit seiner horizontalen Ausrichtung und den in Chrom gefassten Lüftungsdüsen. Viel Platz gibt es im Fond und neu zudem auch USB-Anschlüsse sowie Sitzheizung. Und für noch mehr Komfort gibt es in der höchsten Ausstattung sogar eine elektrische Heckklappe. So dynamisch wie der Compact SUV aussieht, ist er auch unterwegs dank zwei Dieselmotoren mit 150 respektive 175 PS sowie drei Benzinern mit 160 bis 194 PS. Der CX5 ist als reiner Fronttriebler oder aber mit intelligentem Allradantrieb erhältlich. Serienmässig immer dabei ist die neue Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, die mit minimalen Drehmomentseingriffen für optimale Lastwechsel und hohe Fahrstabilität sorgt.